Herzlich willkommen hier auf dem Reitstahl Weber Hof in Brixenentale in Tirol. Hier vor uns liegt ein Quaderballen, den haben wir jetzt schon geöffnet. Denn heute bereiten wir das Stroh vor für das nächste Monat. Bei uns werden die Strohballen aufgeschüttelt. Das funktioniert alles mechanisch. Da haben wir hier links die Maschine stehen, wo wir normalerweise täglich das Heu entstauben für die Pferde. Oben rechts ist unser Hallenkran und mit diesem Hallenkran können wir die Heu entstaubungsmaschine mit den Strohballen jetzt dann befüllen. Und die Maschine zerlöst die Strohballen. Also die hartgepressten Strohballen werden ganz fluffig aufgelöst und in diesem Arbeitsvorgang wird auch noch gleichzeitig der Strohstaub entzogen. So, dann fangen wir auch schon an. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn euch dieses Video gefallen hat, schaut mal rein bei Hippodera.com oder auf Native Power und in diesem Sinne schöne Grüße vom Reitschnall Weber Hof. Bis zum nächsten Mal.